Kennen Sie das? Bei einem Anliegen an Ihr Facility Management mussten Sie bisher ein Ticket erstellen und ausführlich das Problem beschreiben. Dieser Prozess kostet viel Zeit. Also bevor es Elli gab, gab es auch schon andere elektronische Hilfsmittel, also zum Beispiel ein TTS-System. Man konnte es nur vom Arbeitsplatz aus benutzen, weil es ziemlich kompliziert war. Mit Elli ist das Vergangenheit. Die digitale Feelgood-Managerin der WISAG ist jetzt ihre erste Anlaufstelle für alle Anliegen rund ums Facility Management. Wir sind hier in einem Multitenant-Gebäude. Das heißt, wir haben viele verschiedene Nutzergruppen, die natürlich auch viele verschiedene Anfragen haben. Elli unterstützt uns dabei, denn sie ist ein Chatbot. Das heißt, sie fragt beispielsweise nach der Etage, nach dem Gewerk oder natürlich auch versucht, das Problem direkt zu kategorisieren. Elli verwaltet Gebäude und Wohnraum noch effizienter und nutzerfreundlicher. Dabei lernt sie durch künstliche Intelligenz ständig dazu und optimiert sich selbst. Das Schöne bei Elli ist, umso mehr man sie natürlich mit Informationen füttert oder Störmeldungen füttert, sie natürlich viel, viel schlauer und smarter wird. Elli ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit ihrem Facility Manager per Chat oder Anruf und regelt im Hintergrund alles Weitere. Dafür benötigen sie lediglich ein internetfähiges Gerät. Ich kann über Smartphone fast alles, was das Smartphone zu bieten hat, WhatsApp, SMS, direkte Anrufe, alle Kanäle kann man nutzen. Und was natürlich auch wichtig ist, man kann auch mitteilen, über welchen Kanal man das Feedback haben möchte. Beschreiben sie Elli einfach kurz ihr Anliegen. Elli legt daraufhin selbstständig ein Ticket an, stellt Rückfragen und leitet alles umgehend an das zuständige Team bei der WISAG weiter. Dieses bearbeitet ihre Meldung dann so schnell wie möglich. Hängen sie ihrer Anfrage einfach ein Foto an. Das spart oft eine ausführliche Beschreibung des Anliegens und verhindert Missverständnisse. Ist eine Bereicherung für unsere Mieter und ist eine Entlastung für unser Haustechnik Team. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Elli, weil ich natürlich sehen kann, dass sie von Tag zu Tag schlauer wird und mit jeder Anfrage sie mir mehr Arbeit abnehmen kann. Elli, unsere clevere Lösung im Facility Management, damit Sie mehr Zeit fürs Wesentliche haben.